Mr. 3-O-Fam Better say it Mr. Mein Esswürx ist da! Ah, schöner wie Weihnachten! Geil, 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 geil! Packen wir gleich mal auf die Späße. Was war's noch an dein Handy? Ah, gut, gut. So, fangen wir mal mit dem kleinen Scheiß an. Spezial Fett von Esswürx. Einmal einend. Einzies. Kein los. Einmal ein Fett. Guck mal, der ist ja putzig. Hahaha, der ist ja voll klein. Guck's mal. Schön, schön, schön. Oh, da ist er! Yeah! Yeah, 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 yeah. Da ist noch irgendwas dabei. Drei Millimeter habe ich noch nicht bestellt. Aber, Mann. Passt! Mann, 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 schaut euch das an! Ein Traum! Ich will den aufmachen. Du bist so schön, was ich kenne. Da war es. Ansonsten bei den Futures. der Komm, 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 komm! G die Leerlenke ich bin jetzt alle wo mir die Augen blitzen oh nice nice dann haben wir die anderen Bags ich glaube jetzt wollen wir nicht so reden Rhyphen klingt normale Discfolgen Öli Öli und ein Werkzeug cool, echt super ne einmal Doudinplatte super und natürlich die Anleitung und Aufkleber Tja, das war's schon mal für den Anfang hoffe ich hat euch gefallen wir sehen uns dann beim Aufbauen kommen wir noch weitere Videos Servas herrn 0 Vielen Dank.